hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge cyberpunk 2077 so wir haben nur sechs aufgaben verbrechensmeldung werden wir angehen so mission verfolgen das war die falsche taste damit machen würde ich nehme jetzt mal mein ding ins hier meinen mein gamepad und dann würde ich sagen wenn das mal raussehen kommt man mein moped nicht an das ist nicht so gut man brauche ich mein moped nicht witzig warum nicht was war jetzt wieder los so wollen wir mal jetzt zu den verbrechensmeldungen gehen und dann werden wir mal gucken was da auf uns wartet und was wir da machen und ja überlegen ob ich die verbrechensmeldung in jeder folge machen wenn sie nicht so lange dauern gucken wir mal nicht so wir sind angekommen ich speichere ich weiß ja nicht wie man die letzte mal gespeichert habe ich speichere so begib dich zu den koordinaten gefährlicher sog wer lacht denn hier ok ok kann ich da naja ist er noch wer ist er denn hier kann ich hier gar nicht machen bei dem c ist tauchen ja gut das hätten wir das war ja einfach ok dann würde ich sagen journal fünf aufgaben haben wir noch 1,4 wäre das nächste wo habe ich mein moped hingestellt nach hier hier naja die musik sehr gut so ballern wir mal schnell rüber und machen die nächste mal andere wesen ich nehme mal so schnell ab wenn wir so schnell ablenkbar ich will sie leben maelstrom malstrom oder maelstrom strom oder storm weiß ich jetzt ja auch nicht wo ist denn hier ich brauche ich gar nicht wo ist Nichts! Alter, wir regenerieren, aber auch gut, ne? Da steht die Bonnier jetzt ab. Alter, sie liegt hier, ihr Kopf liegt da. Hier ist der Kopf, da der Kopf. Der hat auch keinen Kopf mehr, liegt hier. Herrlich, Alter. Hier liegt ein Stück Kopf. Alter, überall liegen die Köpfe hier rum. Was ist mit dir los? So geht das aber nicht, hallo? Ah, geht doch. Exempel an die Statue hier. Diese Videos werden nicht monetarisiert, weil sie zu brutal sind. Ja, ja, am Arsch, Junge. Die haben angefangen. Die haben angefangen. Ja, wo habe ich denn mein Mobil gelassen? Hier vorne irgendwo. Wir konnten da nicht durchfahren. Habt ihr das mitgekriegt eigentlich? Ja, ja, wir brennen. Nee. Wir brennen. Hallo? Ah ja. Das ist immer ein bisschen Action gewesen hier, Freunde. Völlig legitim. Wir konnten ja nicht anders. Wir konnten nicht anders. Wir konnten nicht anders. So. Finde die Antenne. War das nicht eine Aufgabe, die so ein bisschen... ...die ein bisschen länger hängen. So, gucken wir mal. Wir müssen jetzt da hoch. Ja. Wissen Sie, warum? Weil ich da irgendwo hängen geblieben bin. Gibt es hier irgendwo lang hier? Kommen wir hier irgendwo lang? Weil ich da an dem Zaun hängen geblieben bin. Deswegen ist die da... ...wissen Sie, gestolpert. ...wissen Sie, gestolpert. Oh. Sehr gut. Äh, wo ist denn mein Moppet jetzt? Ach, hier drüben war das. Walalalalala. Ah, das sind nur die Bene. Nicht gebrochen. Alles gut. Ist auch kein Blut, was ich da spucke. So, nächste Aufgabe, Freunde der Sonne. Nächste Aufgabe. Jetzt so, 1,1 Kilometer. Jo. Also, es stellt sich wieder normal hin, wenn man jetzt so länger geradeaus fährt. Das habe ich jetzt schon mal mitgekriegt hier. Auch wenn ich den jetzt hier so hoch mache. Stellt sich das gleich wieder hin. Pass auf. Weißt du? Oh. Oder auch nicht. Nee, die Höhe bleibt. Ja, kann das sein? Nee, die Höhe bleibt. Japantown. Boogie woogie. So, okay. Okay, Verbrechensmeldungen. Ich kdo, die Höhe bleibt. Okay. Okay. Also, das war's. Danke. Okay. 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 Machin. Okay. Das war's für heute. Oh, 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 oh! Oh, das tut der Go-Go-Go. Ja, da, 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 da. Ja da, 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 da. Ja da, 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 da. So, ähm. Oh, hier haben we keine... verdammt wir haben hier nichts wo sind ja ff wie gebrochen ff hier hier ist ein ff aber es gibt mir nein ach verdammt so langsam naja was sollt so sind jetzt hier ach hier katana dämliche ding gut was haben wir da 50 meter ach so das ist gut das hätten wir auch dann gucken wir mal hier auf den journal drei haben wir noch 802 meter so okay dann mal auf geht's hat ihr habt ja neue updates für für unsere implantate oder die lache nicht irgendwo droht gerade guck mal zeugs antipersonen kurzwellensender so gut speichern naja alles klar okay die rennen hier so lebensbejahend rum mit steck brille so da unten ist und so ein ding ins hier okay kommen wir wieder hin hä hä warte mal machen wir mal den web auf warte mal händler 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 hier hier ähm ähm ach so okay ähm 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 ne das hatten wir doch alle schon da brauchen wir doch nichts mehr ach wir sind ja das ist ja auch das ist ja so ein händler für nicht jedes mal räume ich das hier auseinander hier tut mir leid war nicht mit absicht voll die dunkle gasse hier muss ja aufpassen dass sie nicht überfallen wirst wenn wir jetzt denn hier raus sind wir von hier herkommen ja hier oben steht mein auto schön die hosen erstmal ja gut haben wir dann den hier ja dann mal los geronimo oh oh wir müssen hier lang wir müssen hier lang wir müssen hier lang jawoll dafür sind leitplanken gebaut worden damit ich hier wie bekloppt um hier her heizen kann ja man ja 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 j ja Oh, was ist denn hier los? Das ist doch hier... Das hat hier der Friedhof. Können wir da näher am Friedhof zu tun? Mann, Waffe ziehen, Y. Wiese Waffe wegstecken. Keine Ahnung. Gut, das hätten wir auch. Das lief nicht so optimal. So, okay. Letzter Punkt. Ihr Freunde in der Sonne, letzter Punkt. So. So. Oing, 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 oing. Weg da, Platz da. Verbrechensmeldungen, aber das sind die, die wir haben wollen. Warum gibt es hier eigentlich Verbrechensmeldungen, die auf unserem Dings angezeigt werden? Aber manche, die sind hier einfach in der Stadt verfügbar. Aber ich glaube, die sind auch öfters verfügbar, ne? Das ist doch irgendwie mit Tricksporno oder irgendwie was. Wer weiß, wer weiß. Die Woche kommt Mirage. Mirage kommt. Und ich habe heute meinen Wegelchen abgeben. Die letzte Fahrt zum Autohaus. Morgen ist der 3. Oktober. Morgen ist Feiertag. Und am Mittwoch, wenn alles klappt, kriegen wir ein neues Wegelchen. Geil. Dann könnte auch hier so ungefähr. 3. Oktober 2023. Ich habe keine Ahnung, wann diese Folge hier rauskommt. Ich meine, ich bringe ja schon drei Folgen pro Woche, aber... Da waren doch etliche Folgen, bis ich dann mal dran war. Keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen hin. Was ist los mit dir, Babi? Ach, Babi. Ach, Babi, oh. Was ist das? Das macht schon Laune hier einfach so ein bisschen, um mir herzufahren hier. Das sieht schon fantastisch aus. Das ist so ein richtig abgefucktes... Setz dich in der Luft! Ach, die meinen ja nicht uns. Okay, die meinen nicht uns. Warte mal. Ah, das war überhitzen. So, ich würde sagen, das war es jetzt hier, wa? Mission abgehört, blablabla, alles klar. Hier können wir nicht rennen. Warte, ich habe auch einen Bemängel. Bemängelig. So, okay, wir haben jetzt nur noch die hier übrig. Wir haben jetzt so 23 Minuten für die Verbrechensmeldung gebraucht. Ja. Ist doch in Ordnung. So, was ist jetzt da hinten los? Was ist jetzt da hinten los? Wer war, die direkt da unten. Da hinten ist doch noch einer. Bleib hier. Shinobi. Obi-Wan Shinobi. Geile Tattoos hat sie gehabt. Oder er. Oder was auch immer. Wartet jetzt. Warum zum... Warte mal, hier vorne liegt da noch irgendwo einer. Der hat ja seinen Kopf noch. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn ich was hasse, dann sind das Leute mit Kopf. Was denn das hier? Sieht aber völlig merkwürdig aus. So, ab das Ding. Kann ich das hier hinten ohne abtrennen? Den haben wir hier sofort enthauptet. Würde ich jetzt mal behaupten. Wortwitz. Ganz schlechter. Ganz schlechter. So, okay. Aber einen Baum können wir hier nicht fällen mit. Kick an. Der hat noch seinen Kopf. Das ist nicht gut. Äh, wo ist denn hier? Ach, hier. So. Warte mal, da oben muss irgendwo was sein. Ich hab doch hier irgendwo was gesehen. Oder? Nicht, dass die uns noch zurückverfolgen können. War hier nicht irgendwo so eine... Guck mal, da ist doch irgendwo was. Ach nee, da ist die Kamera da oben. Okay. Ja, gut. Haben wir hier das auch noch geschafft. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, halt in die Ohren steif. Und ja, tüdelüüüü.